What's Flaunkin, Abi, Arti, Tee Kissel. Wir sind jetzt endlich mal an einem Videodreh von meinem Song. Ich habe meine Boyziboyz hier am Steezy, DJ Smash, Michael Kams, Regie und Kamera und Young Swizzay hinter den Kulissen, also Backstage mäßig ein bisschen was aufnehmen. Ich glaube, das wird kein Problem, Digger. Und wir rollen die einfach da vorne hin. Steadicam, der Kameramann steht sich oben. Wir stellen nicht oder er. Er steht nicht. Mike Kams. Was up? Mike Kams. What up? Oh, es rottet auf die Gleise. Eine ungewöhnliche Uhrzeit. Wir sind fünf vor zwei. Nachts? Oder morgens oder was auch immer. Und ähm... We're doing it big, man. We're doing it big. I does that. But another rapper. Wir haben sogar ein fahrbares Kamera-Dolly-Gerät. Hier unten. Oh, shit, man. Harte Körperliche Arbeit. Hier. Wie hört man die Gas来 einfach? Ich flieg doch. fotratrat, man hört sich das. was läuft auch, warum macht's die Roboter. Das tut eh mal, Digga, weißt du das? Das ist doch so eine hübsche Kamera. Weiß nicht, was hast du für eine hübsche Kamera? Canon. Und du? Echt? Ich hab auch eine Canon. 5D? Der ist zu heftig, Digga. Mies, ne? Oh man. Schöne Haare. Schöne Finger. Danke. Das ist. Schöne Großaufnahmen. Putzen muss sein, Mann. TK ist am Start. Canon Music. 2012. Ein neues Jahr, ein produktives Jahr. Hat begonnen für uns. Ein Jahr mit vielen Veränderungen. Das Positive natürlich für uns. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns verfolgt. Und immer auf dem Laufenden seid. Was soll ich sagen? Brain Jam TV. Das ist am kommen. Wir sind am kommen. Danke, Mann. Je tente für Sheezy. Ähm. Wir machen sehr viel Musik. Wir produzieren für andere Künstler. Wir machen unsere Sachen. Suzy hat gerade eine Weihnachts-EP rausgebracht. Ich bringe jetzt AB-Art 2 raus. Dann machen Suzy und dich noch ein Mixtape. Smash Up and Her. Beatmacher überhaupt. Jetzt heute führt der Regie. Mit Michael Kamps. Ich liebe seine Haare. Was poppen. Ähm. Ja, Alter. Wie gesagt, wir freuen uns überhaupt auf die ganzen neuen Sachen. Ähm. Ja, lacht uns nicht aus. Wir sind gerade am Bahnhof in Kiel City. Unsere City. Ich bin hier langsam nach drei Jahren endlich mal angekommen. Happy Art. DJ Smash. Mike Kamps. Young Swizzy hinter der Kamera diesmal. Diesmal ist Young Swizzy unser Backstation Now. Cool. Und ja. Nochmal vielen Dank an die Leute, die mit uns am Start sind. Maniac Merk. Mr. Merry. Fink natürlich wie immer. Mr. Fritze. Borat. Natürlich auch Techwear. An die ganzen Leute, die mit uns arbeiten. Ähm. Ja. Freut euch auf ein cooles, produktives neues Jahr. Peace. Mann, that's a rap man. Pack es ein, wir schneiden jetzt. Come on man. Let's make it happen. So Leute, das war's vom Videodreh. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ja. Jetzt stehe ich hier. Probiert die kommen nicht wieder. Ey. Wenn ihr dieses Video seht, ne. Ich bring euch um, Leute. Geile Sache. Warte. Sind die verho- Oh Mann. Ey. Spacken. ich bringe diese spacken um hey leute ich sage nur leute nicht ich sage fahrt um die ecke das war kein spaß ich meine das war spaß die wartet bestimmt irgendwo irgendwo in der ecke wartet irgendwo in der ecke und lässt mich extra warten damit ich denke dass ihr das schon nicht ganz lustig die spacken aber richtig richtig blöde ja aber das heißt nicht